Hi, ich bin Tim. Wir befinden uns an der Pfanne H. Lahrenstein. Wir sind die nachhaltigste Hochschule in den Niederlanden und ich nehme euch heute mit auf einen Rundgang durch das Gebäude. Hier befinden wir uns in der Eingangshalle. Hinter mir ist die Rezeption und der Technische Service. Ihr könnt jederzeit zu denen kommen, wenn ihr Fragen habt. Sie wissen auf jeden Fall die Antwort und natürlich kann man hier auch seine Wasserflasche auffüllen. Wir befinden uns hier in der Mediathek, wo man sich Bücher ausleihen kann und an den Computer an seinen Arbeiten arbeiten kann. Ich stehe hier vor dem Auditorium, dem größten Hörsinn an dieser Hochschule. Aber normalerweise hat man seinen Unterricht in kleineren Klassen und dadurch hast du auch einen viel engeren Kontakt mit den ganzen Prozessen. Ich befinde mich hier in der Kantine. Hier gibt es vom Veganen bis hin zum Fleisch für jeden etwas und auch immer etwas. Und daneben kann man sich dann ganz entspannt mit seinen Freunden zum Mittagessen abreden. Im ganzen Gebäude befinden sich so kleine Häuschen und in denen kann man zusammen mit seinen Freunden chillen und auch zusammen lernen. Ich befinde mich hier im Wasseranwendungszentrum und hier befinden sich alle Gerätschaften und Möglichkeiten Wasser zum Versuch. Und das ist der Go-To-Place für alle Praktiker und Studierenden, die damit zu tun haben. Ich befinde mich hier in der Lebensmittelhalle und hier wird das Theoretische ins Praktische umgewandelt, was die Lebensmittelphilie und Studierenden gelernt haben. Ich bin jetzt drei Etagen hochgelaufen. Wir befinden uns auf dem Dach von der Van Halarienswein und im Gewächshaus und hier wird alles getan, was mit der Innovation von Landwirtschaft zu tun hat. Ja, unsere Tour endet hier im Kranz Café. Ich hoffe, wir haben einen Trick zusammen. Und willst du Van Halarenstein? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020